Ja, ich bin Patrick von Glav und betreibe zwei Fit-Flurstellungen. Durch einen Bekannten aus der Fitnessszene, der hat mich an Björn Kremer verletzt. Unkompliziert, aktiv, einfach umzusetzen und man ist eben in Regionen tätig, um eine Alleinstimmung zu merken. Das verliebt, unkompliziert. Ich fahre ungefähr 1 bis 2.30 Uhr, fahre mal die Woche ins Studio, guck mal vor Ort, nach einem überschaubaren Verlauf. Also ich bereue überhaupt nicht und bin davon so überzeugt, dass ich jetzt Anfang nächsten Jahres ein weiterer Standort möglich ist. Also ich hoffe, dass ich noch die weitere Club eröffnen werde. Aber das mache ich dann Schritt für Schritt.